Welches Level sind die Gegner überhaupt hier? Level 36 Level 36 Level 36 Level 36 Nichts Level sind wir überhaupt. Sechsunddreißig, ok. Vielleicht sollte ich mir Arts aussuchen, die voller Spells sind oder so. Was ist denn? Welche Pistolen? Boah, Pistolen. Das war's schon. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt sollte ich wirklich ein bisschen mehr leveln. Das steckst du. Gut, das hat sich... Jetzt kann ich mich mit Mila verknüpfen. Er verlinkt sich mit Dron und kriegen wir auch noch den Titel erledigt. Ich sollte wirklich ein bisschen mehr kämpfen, weil wenn nun schon so kleine Wölfe fertig machen... Nein, okay. Das hat sich nicht umgestellt. Okay. 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 Now, what do you need? Okay. 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 Okay, okay. Mann, 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 wie sehr ich die Pistole hasse. Okay, jetzt schaue ich mir wieder ein Ding an, im Gefecht, was ich dachte, achso, oben, links, rechts, unten, okay. Okay, jetzt schaue ich die Pistole. Mann, die Pistolen sind so spaßig. Nein, ich habe mich nicht so spaßig. stimmt ich könnte die fertigkeit mal verbessern machen wir mal auf angst das war eigentlich gar nicht so gut weil es gibt keine magie oder sowas die selekte einfach mal alles die agent rein übertakten rein so unbedingt so kommt es besser ich kann dir gleich der berg kommen oder so es ist so hot hause ich mag die gegner ne toll mein hammer mein hammer macht nix bei dem mein hammer es geht ja auch meine art jetzt wieder an mir anpassen okay mit den haben habe ich gar nichts ja ja Ich bin der Schüler. Aber ich sollte halt wirklich ein bisschen leveln. Es ist auf hart gestellt, aber es ist ja trotzdem besser, wenn man ein bisschen leveln. Ich bin der Schüler. 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 gründe total ein total cooles weil man dadurch halt nur dem platz sich halt so auch schon kann was man drüber nehmen das ganze sachen wenn findet diese punkte halt als währung ich weiß nicht mal ob man mich verstanden hat aber ist mir egal yep daddy says a jack of all trades is an ace of nuts you getting stronger you better not underestimate me an old dog can learn new Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, aber vorher ganz viele Zeugs nebenbei machen Wie diese Mission hier, dann noch ein paar Elite-Mobs töten Katzen suchen Es gibt viel Zeugs, was man erledigen kann in dem Spiel Und das finde ich cool Was wird wieder? Ja 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 Ich glaube, ich nehme wieder Mila als Begleiter Weil mit der kann man halt einfach coolere Speights machen Vor allem linken Kombos und die brauche ich da Für einen Titel Ja 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 Ja